Alles klar, Freunde und Willkommen zurück mit Jurope! Und Jurope hat sich gerade aufgepoppt. Und Jurope wollen wir auf jeden Fall fangen. Jurope sieht nett aus. Ooooooh! Is this the one trick? Können wir direkt mit dem... Oh man, ist ja auch zu schön und war... Oh my god, fehlt nur noch, dass du auf einmal fliegen kannst, ganz ehrlich. Ich werfe einen Hyperball gegen Jurope. Bleib in diesem Hyperball. Brauchst du einen Meisterball oder was? Ich meine, es fehlt echt noch, dass Jurope auf einmal fliegen kann. Der fliegt einfach weg. So, ja fang mich doch. Ja, genau das. Danke. Genau, weiter geht's. Wir sind in den Seeschauminsel... ...Rhenios. Und, ja... Weiter geht's, weiter geht's. Weiter geht's. Meine Surfer rein. Ah, jetzt, warte mal, jetzt, 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 jetzt. Wie, wie, wo, wie, wie ging's hier lang? Oh, nein! Das hab ich voll vergessen. Stimmt, ich hab was vergessen. Fikachi, was sagst du dazu? Oh, ist das schwindelig. Hier muss Arctus sein. Aber wir kommen nicht direkt zu Arctus. Was? Hast du Musch hast? Ja, links... Ey! Links sollte Arctus sein irgendwo. Aber wir kommen noch nicht direkt dahin. Wir müssen uns sorg... Wir müssen, ähm... ...dafür sorgen, dass wir... ...die Strudelblockchen quasi... ...oder die Strömung, die Strömung mindern. Mit den, mit den Steinen. Genau so war das früher. Das war richtig geil. Ja, das war richtig geil. So kleine, kleine Quest, sag ich mal. Das war richtig geil. Correct, correct. Du hast Muchas Gracias gefangen. Bitte. Und zwar... Oh. Starke Strömungen, genau. Äh, Rosanna, warte. Oh, mein Gott! Geh doch weg. Ja, wir haben schon, Rosanna. Ja, tschau. Ey! Da sollte Arctus sein. Aber genau, wegen der Strömung, wegen der Strömung. Okay, okay, Moment, Moment. Und zwar müsste jetzt erst mal die Lage abchecken. Oh je, zu was. Dreck. Müsste jetzt die Steine verschieben. Von oben nach unten runter wirfen. Die Frage ist, wo war das Ganze? Ok, grad, halt. Das ist glücklich. Geil, Warte. Ja, schau mal hier. Hier müssen wir ins System... Nein! Stimmt, ich kann ja selbst so. Ich hab's vorher vergessen, ist Depp. Ich hab's vorher vergessen, Mann. Ich hab's... So, wieder von vorne. So Pikachu, machen wir langsam jetzt. Was willst du von uns? Ah! Flak! Ist auch winzig. Wenn sich Flakmon bewegt, dann heulich. Das ist faulste Pokémon auf Erden. Der muss einfach nur dastehen. Na, okay. Ähm. Ding ist auch richtig faul. Hieser Rabouts? Der zu Letakki wird. Rabouts? Nee, Rabouts. Das war Capoeiras Vorentwicklung. Gieß. Bummel. Bummel. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Letakkins erste Entwicklung. Ja, okay. Was war das? Blackmon. Oh, wenn er den Laums aufkreuzen würde, das wäre richtig geil. Das wäre richtig geil. Das ist ja, Mischlable zu Ende. Und das wäre richtig geil. Ja, mischlable zu Ende. Guck mal. Hier gibt es schon Ife. Und jetzt spun今 mal. Ja. Tausende Steinarra Oh mein Gott, wie groß Ja, kein Bedarf, aber... Yukon! Ich dachte grad, hä? Warum ist das so geschmeidig, so elegant? Es fliegt, es schwebt einfach. Warum machen wir? Oh nein! Oh nein! Nein! Oh nein! Oh bitte, Loch Jesus! Mach mal halblang jetzt, bleib mal stehen Wer hätte es gedacht! Ey, das war perfekt mit Siaming! Oh nein! Nice! Sehr schön! Sehr, sehr schön! Oh nein! Oh nein! 58! Wie geil! Geil! Oh nein! So, jetzt auch noch ein... Oh, Weisstrahl! Nice! So, wo sind die ganzen Felsen? Bitte? Aha! Okay, okay! Wait a minute! Hey! Hey! Das kostet ja wohl eine Zei, ey! Top Trank! Trank! Oh nein! Oh nein! immer diese trainer coaches endlich hier aber ich muss mal gegen die daten ich bin gespannt was der uns gibt aber ah okay bei sablos haben wir auch kein themen bekommen da haben wir was anderes bekommen oh je wir haben ja gar nichts mehr oh nein pikachu mach jetzt hinne pikachu trifft doch oh je oh 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 wenn das jetzt ein volltreffer ist BD aber viel gut 1 da hier steht Tino da hier steht Tino etwas 87 irgendwie alles großen die haut laut b own ich habe vorhin noch über die geredet was heißt vorhin also ich habe vorhin darüber geredet aber bei euch war es ein letztes part da kommen sie schon aber reicht wer jetzt gedacht ja guck weil es sehr effektiv war weil dann der trainer glaube weiter so sagt dann schauen die pokémon zurück ich glaube daran liegt ich gewinne du verlierst und was bekommen ja keine zeit machen so es ist die ganzen felsen und ich dachte was geht da da kommen wir raus ich verschiebe es doch mal nein 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 muss er wieder aaaaaaa muss doch wieder auf klicken oder was bei den felsen ich habe es einfach in lamus das ist sehr schön geil oh man wie ist das? wie ist das? tatsächlich warum muss man adrücken wer hat das eingeführt wer hat das eingeführt bitte so nervig hast du einfach dagegen laufen euch idiot ich wollte eigentlich kurz raus weil das da ist der eine andere ausgang oder eingang und er war und das sind was die frau da macht die da draußen steht aber nicht nicht raus sonst vielleicht tun sie tun sich die felden sich reset denn auch ein laden ist krass warum muss man adrücken ganz ehrlich wird es eingeführt oh mein gott vielleicht hätte ich den tipp von ihr annehmen sollen topschutz aber nicht aber vielleicht haben wir irgendwo was wir noch nicht im visier hatten dann ist es umso geiler deswegen lasse ich das an kurz nach rechts und hier nach rechts kommen wir gar nicht oder von hier wie idee habe ich das gegen einfach noch mal hoch und von dort aus dann fallen wir nach rechts runter einfach runter fallen so knie brechen egal jolo super wille jetzt muss ich auf die andere seite ich glaube wir müssen noch eins hoch oder oder war es hier schon ne noch eins hoch dann kommen wir da hin das hat auch was gleich aber jetzt macht man halb langsamer was alles gut ist auch gut wie groß da muss es aber jetzt aber jetzt haben wir die strömung blockiert aber jetzt ist noch weiter es ist noch weiter passt sie auf jetzt können wir runtersurfen beziehungsweise können wir auch jetzt müssen wir mal weiter genau ja man war mir auf der seite Ja. Ja, Logo, aber wir... Ja, ja. Aber... Hey! Wir müssen ja trotzdem runter. Ah, Juhu. Wir Juhu-Gong. So, wir müssen natürlich hier runter. Jetzt... Surfer... Oh, nein. Oh, guck mal, da ist blockiert. Wie geht? Jetzt, Freunde. Oh, nein. Oh, nein. Ah, das meinte ich, dass du die Behinder... The Legend. Oh, nein! Ey, ich hab echt einen Sidestep gemacht. Ich bin nicht darunter. Nein, das akzeptiere ich nicht. Ich hab echt nicht... Es ist jetzt nur auf der falschen Seite sogar, glaube ich. Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Ich heule nachts und stehe nie wieder auf bei sowas. Oh, bitte! Ich will einfach nur nachts heulen. Was mache ich? Keine Ahnung. Ja, gut, doch. Jetzt aber. So. Ich sag es jetzt folgendes. Nein! Ich bin nach oben, Mann! Was ist für ein Dreck, Alter! Hey, ich mach diesen hier, dass er nach oben läuft. Der... Oh, Mann! Echt! Was für ein Rotzermal! Ja, 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 Jugang. Wir haben es verstanden. Ganz ehrlich, ey. Was? Einfach ein Shiggy in den Seeschaumensinn. Was? Mach langsam, junger Mann. Ich sag es. Mach langsam. Nice. Du hörst. Wieso? Wieso? Was ist der Rasse? oder was? Einfach Zorro über den Tugeln verloren. Keine Weiß. Ja, tatsächlich. Oh, wow, ey. Oh mein Gott, ich heul gerade. Das erinnere mich. Oh! Werde ich da nochmal runterfallen? Heulich. Wie vorsichtig. Werde ich da jetzt runterfallen? Ah, ich Idiot. Stopp. Nervös. Kommt damit her. Halleluja. Halleluja. Vor allem, der jetzt schaut... Oh, was? Was? Jeet. Arde. Was? Was? Nein. Achso. Ah, ja, ja, genau das. Ich weiß. Ich weiß. Mach das. Was ist denn? Wir leuen. Ich weiß. Ich weiß. Aber es war. Wer will Kopfnuss erlernen? Was für Kopfnuss, Mate. Was für Kopfnuss. Kannst du auf Level 54 mit Kopfnuss oder was? Oder 55. 54. Ist dir die Attacke eingefahren? In diesem Level. Oh je, meine. Auf, meine. Wir sind jetzt bei Austus. Austus. Oh mein Gott. Schaut euch an, wie Austus ausschaut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, das sieht so geil aus. Oh, Pikachu. Pikachu. Oh, das sieht so geil aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geil. Geil, 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 geil. Arctus erscheint. Oh mein Gott. Was? Oh oh. Pikachu muss halt abfahren. Was? Oh. The One-Shots. Fast. Weiter so. Besser. Agilität. Nice. Oh mein Gott. Sieht arg das geil aus. Oh mein Gott. Sieht arg das geil aus. Oh mein Gott. Sieht arg das geil aus. Winzig. BD. Ich liebe Arctus. Ein legendes Pokémon Arctus. Fange ich mit einem Hyperball. Ein Mushas oder was auch immer da vorhin kam. Für das brauche ich 10 Hyperball oder was. Bitte? I love Arctus. Äh auch Arctus. I love Arctus, man. I love Arctus. Oh mein Gott. Pikachu, was sagst du dazu? Geil, oder? Das sah geil, Freunde. Das sah wirklich geil. Lasst uns mal Arctus kurz betrachten und aus dem Pokéballon. Das sah richtig geil. Das sah richtig geil gerade. Au. Wie geil Arctus aussieht. Das sah richtig geil. Oh nein. Schlocker Arctus. Verteilung, Initiative runter. Oh mein Gott. So locker muss auch nicht drauf sein. Freunde. Wir haben Arctus im Gepäck. Oh mein Gott. Wie majestätisch. Ah, äh. Wie majestätisch. Guck mal, wie es fliegt. Oh mein Gott. Wie brutal Arctus aussieht. Was? Was? Freunde, so viel zu diesem Part. Wir haben das majestätische Vogelpokémon Arctus gefangen. Im nächsten Part machen wir uns dann auf den Weg zu Arctus Arena. Und von dort aus geht es dann weiter zur Siegesstraße. Freunde, ich hoffe, dementsprechend hat euch heute alles gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. I'm a girl back after I'm done, I'm done next. I'm a won't be alright.